Dankeschön. Da kriegt man gelegentlich ein bisschen ein Knödel in uns, wenn man diese Situation antritt. Ein anderes Lied haben wir, es ist ein sehr persönliches Album, ein anderes Lied haben wir gewidmet den Kindern. Und ich gehe mal davon aus, liebe Freunde, dass viele von euch, die heute Abend hier sind, Mamas und Papas sind und Kinder haben. Und ich glaube, da sind wir uns auch einig, es gibt definitiv nichts Schöneres als Kinder. Kinder zu haben und für Kinder da zu sein, ihnen den Weg vorzubereiten in ihrer Zukunft, ihnen zur Seite zu stehen. Und dieses Lied ist eine kleine Erinnerung daran, dass unsere Kinder, die im Augenblick wahrlich eine sehr komplexe und sehr komplizierte Zukunft vermutlich zu erwarten haben, vor dem Hintergrund der Umstände, mit denen wir es im Augenblick zu tun haben. Diesen Kindern müssen wir Halt geben und Kraft geben und Hoffnung, dass sie immer noch eine lebenswerte Welt vorfinden, in der es Sinn macht, zu leben. Und das sind die Friseur, die wir es im Augenblick blockieren, in der es Sinn macht, zu leben. Und das ist die Frau, die wir es im Augenblick übernehmen. Und das ist die Frau sehr viele Menschen. Wenn der Donner dich nicht weiter Und Fantasie zu zweifeln bist Wann immer, du dir die Müge anbringst Wann immer, darf ich auch nicht mehr Wenn der Neber sich auf deine Aufmerksamkeit Und meine Augen, die sich im Sturm verliebt Wann immer, du den Ort jetzt entfammelst Wann immer, ich heb dich auf die Geräte Und ich will, dass du weißt Das Stolper von Tränen aus dem Leben heißt Und wenn es dich zuerst Ich fahr rein und dein Zuhause bleibt Ich wünsch dir zuversicht Ich wünsch dir Kraft und Licht Dass Tage keine Träumen langen Ich wünsch mir von dir Dass du weißt, dass ich mir nie Und wenn du weißt, dass du weißt Ich wünsch dir, dass du weißt Und ich wünsch dir, dass du weißt und ich lacht auf drei Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020